Im Jahr 1999 ereignete sich in den USA ein mysteriöses Verschwindeln, das bis heute die Menschen beschäftigt. Ein elfjähriges Mädchen wurde für nur 90 Sekunden allein gelassen und verschwand buchstäblich. Jahre später fand die Polizei eine Rechnung mit der Aufschrift, ich liebe noch, auf den Namen des Mädchens. In diesem Video haben wir alle Informationen zusammengetragen, die wir über das, was mit Michele Bix passiert ist, haben. Am 2. Januar 1999, in der amerikanischen Stadt Mesa, Arizona, gingen zwei Schwestern, die elfjährige Michele und die neunjährige Kimber, in der Nähe ihres Zuhauses spazieren. Es war ein kalter Abend und es wurde gerade erst dunkel draußen. Obwohl es mitten im Winter war, ist Arizona ein warmes südliches Bundesland, also nahm Michele ihr Fahrrad mit und fuhr neben ihrer Schwester. An einem Punkt meinten die Mädchen, den Klang eines herannahenden Eiswagens zu hören. Sie legten Lautsprecher auf und spielten Musik, um Kinder auf das Herannahen einer beliebten Leckerei aufmerksam zu machen. Das Mädchen eilte nach Hause, um die Mutter zu fragen und sich für Eis umzuziehen, kehrte dann auf die Straße zurück. Der Eiswagen war jedoch nirgends zu finden und die Mädchen begannen zu warten. Irgendwann wurde Kimber kalt. Sie sagte ihrer Schwester, dass sie eine Jacke holen und zurückkommen würde. Als sie zurückkam, war Michele nicht mehr da, das Fahrrad lag auf der Straße mit dem Rad immer noch drehend. Daneben lagen die beiden Münzen, die das Mädchen zum Kauf von Eis vorbereitet hatte. Kimber kam nach Hause und sagte ihrer Mutter, dass Michele vermisst wird. Weder sie noch ihre Mutter hatten zu diesem Zeitpunkt auch nur den Gedanken zugelassen, dass dem Mädchen etwas passiert sein könnte. Die Mutter dachte, dass Michele zu einem Nachbarn gegangen sei, mit dem die Familie befreundet war, aber das Mädchen war dort nicht und die Mutter erkannte, dass ihrer Tochter etwas Schreckliches widerfahren sein könnte. Sofort danach ging sie zur Polizei. Es ist erwähnenswert, dass die Reaktion der Polizei sehr schnell war. Bereits nach 30 Minuten war ein Hubschrauber in der Luft, die Gesetzeshütter stoppten alle verdächtigen Autos, umrundeten die umliegenden Häuser. An diesem Tag verteilten und veröffentlichten Freiwillige der Schule des Mädchens Flyer mit ihrem Bild. Diese Bilder würden später in Schaufenstern und an Werbetafeln entlang von Straßen in ganz Arizona erscheinen. Die Polizei durchsuchte Mülltonnen und inspizierte hunderte von Häusern. Die Detektive Butchkitz und Jerry Gissel wurden mit dem Fall beauftragt. Die Polizisten befragten jeden Eisverkäufer im Bundesstaat und konnten nicht feststellen, dass zumindest einer von ihnen zur Zeit des Verschwindens des Mädchens in der Gegend war. Die Detektive rekonstruierten die Chronologie der Ereignisse und kamen zu einer unheimlichen Schlussfolgerung. Das Mädchen verschwand in nur 90 Sekunden, so lange war Kimba verschwunden. Das sich drehende Rad am Fahrrad bestätigte die Tatsache, dass die Entführung extrem schnell stattgefunden hatte. Suchhunde, die von den Ermittlungen eingesetzt wurden, konnten keine Spur des Mädchens finden und wenn sie es taten, gingen sie nur wenige Schritte in Richtung der Straße. Der Umstand, dass der Hund die Markierung der Person nur dann aufnimmt, wenn die vermisste Person zu Fuß unterwegs war, verstärkte nur die Hauptversion der Polizei, das Mädchen wurde in ein Auto gesetzt, weggebracht und das alles geschah in wenigen Sekunden. Die Situation wurde durch das vollständige Fehlen von Zeugen erschwert. Obwohl die Mädchen in einer Straße voller Häuser spielten, sah keiner der Nachbarn sie in dieser Nacht. Später gab es Informationen, dass ein Mann versucht hatte, die beiden Mädchen direkt aus der Schule zu entführen. Die Kinder waren damals 10 und 11 Jahre alt. Die Polizei überprüfte die Informationen auf einen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Michele, die gerade 11 war, aber die Entführung stellte sich als ein fehlgeschlagener Streich heraus. Es gab immer weniger Beweise, sodass die Polizei begann, die üblichen Theorien auszuarbeiten. Wenn ein Kind verschwindet, werden immer Eltern und andere Verwandte überprüft. Angesichts dessen, dass Micheles Mutter zum Zeitpunkt der Entführung zu Hause war, nahmen die Ermittler sich Micheles Vater, Darien Bix, vor. Von Anfang an glaubte eigentlich niemand an seine Beteiligung. Warum sollte ein Vater seine eigene Tochter entführen, besonders auf diese Weise, mitten auf der Straße, in kurzer Zeit, als seine andere Tochter nach Hause lief? Es stellte sich jedoch bald heraus, dass der Mann bei seinem Alibi gelogen hatte, während des ersten Verhörs gab er an, zur Zeit der Entführung bei der Arbeit gewesen zu sein, was sich als unwahr herausstellte. In Wirklichkeit verbrachte er Zeit mit seiner Geliebten. Was als nächstes geschah, war noch interessanter, der Mann fiel bei einem Polygraphentest durch. Seine Frau gab zu, dass sie von seinem Betrug wusste. Darien hatte ihr einen Monat vorher davon erzählt. Das Paar dachte über eine Scheidung nach. Trotz des gefälschten Alibis hörte die Polizei schließlich auf, den Vater als Verdächtigen zu betrachten. Selbst im Falle einer Scheidung hatte seine Frau keine Pläne, ihm den Kontakt zu seinen Kindern zu verbieten. Er hatte einfach kein Motiv. Außerdem erkannten die Ermittler an, dass die Ergebnisse des Lügendetektortests möglicherweise durch den emotionalen Zustand des Vaters beeinflusst wurden, dessen Tochter gerade entführt worden war. Er könnte sogar einen Teil der Schuld auf sich selbst gelegt haben und gedacht haben, dass die Tragödie vermieden hätte werden können, wenn er zu Hause bei seiner Familie gewesen wäre. Die Ermittler verfolgten auch Dariens Bewegungen an diesem Abend und stellten fest, dass er einfach keine Zeit gehabt hätte, Michele zu verstecken. Der Mann kam sehr schnell nach Hause, nachdem seine Ehefrau ihn angerufen hatte, um seine vermisste Tochter zu melden. Detektive Gissel erklärte später, dass Michele ihren Entführer höchstwahrscheinlich nicht kannte. Wenn es ihr Vater gewesen wäre, hätte sie das Fahrrad und das Wechselgeld nicht auf den Boden geworfen. Das Mädchen versuchte, vor dem Fremden wegzulaufen, schaffte es jedoch einfach nicht. Während der Ermittlungen hatte die Polizei regelmäßig Hinweise, die ins Leere führten. Ein anonymer Mann rief die Ermittler an und meldete, dass Micheles Körper in einer verlassenen Fabrik am Stadtrand sei. Die Polizei durchsuchte das Gebiet, fand jedoch nichts. Später erhielten sie eine E-Mail von einem anonymen Mann, der behauptete, er sei derjenige, der das Mädchen entführt hatte. Das FBI konnte die IP-Adresse des Absenders recht schnell verfolgen und schickte ein SWAT-Team zu seinem Haus in der Stadt Phoenix. Es stellte sich heraus, dass der Absender ein zwölfjähriger Junge war, der einfach einen Scherz machen wollte. Inzwischen war die Polizei in einer Sackgasse angelangt und begann sogar die unverständlichsten Theorien zu bearbeiten. Sie durchsuchten 35 verlassene Goldminen in der Grafschaft und befragten dann sogar fast 500 Medien, die angeblich bei den Ermittlungen helfen konnten. Natürlich führte das zu nichts. Ein Zeuge wurde gefunden, der kurz vor Micheles Entführung einen mintfarbenen Jeep gesehen hatte. Der Fahrer wurde schnell gefunden und als unschuldig erwiesen. Danach war die Polizei bereits verzweifelt, das Mädchen zu finden, weil es buchstäblich keine Hinweise mehr gab. Dies dauerte bis zum 27. September 1999, als der ruhige Bezirk nicht von einem weiteren schockierenden Ereignis erschüttert wurde. Eine Frau, die in der Nähe von Bix lebte, kehrte nach Hause zurück und ging in die Küche, wo sie einen Mann mittleren Alters mit offener Hose vorfand. Ohne ein Wort zu sagen, sprang er auf die Frau und begann sie zu erwürgen und zu missbrauchen. Der Täter zündete dann das Haus an und verließ es. Offensichtlich dachte der Angreifer, dass sein Opfer tot war, aber die Frau überlebte. Ihr Hals war gebrochen, aber sie konnte das Telefon erreichen und einen Krankenwagen rufen. Bereits auf dem Weg ins Krankenhaus flüsterte sie den Ärzten mit ihrem letzten Atemzug zu, Michele Bix, das Mädchen, das vermisst wird, er hat sie genommen. Ihr müsst sie retten. Die ganze Stadt war wieder aufgeregt, Ereignisse wirbelten schnell durcheinander. Die Polizei nahm den Fall auf und verhaftete den Angreifer. Er stellte sich als die Bulle heraus. Der Mann war ein bekannter Alkoholiker in der Gegend, der mit seiner Frau und drei Kindern lebte, Schrottwagen reparierte und gelegentlich die öffentliche Ordnung störte. Sein Haus war nur zwei Blocks von Bix entfernt. Die war einer der ersten, der sich freiwillig meldete, um bei der Suche nach Michele zu helfen und ließ die Polizei bereitwillig in sein Haus kommen, um zu suchen, aber nicht in den Anhänger im Hinterhof. Für den Anhänger verlangte er einen Durchsuchungsbefehl. Dieses Verhalten ist äußerst bizarr, oder? Ein Mann mit schlechtem Ruf meldet sich freiwillig, um ein vermisstes Mädchen zu finden, lässt die Polizei ohne Fragen einen Blick in sein Haus werfen und verbietet ihnen plötzlich, in den Anhänger zu schauen. Von diesem Zeitpunkt an wurde Bulleck zum Hauptverdächtigen, obwohl seine Frau ihm für die Zeit, als Michele entführt wurde, ein Alibi gab. Niemand glaubte ihre Geschichte und höchstwahrscheinlich hatte sie einfach nur Angst vor ihrem Mann. Die Ermittler begannen, Bullecks Vergangenheit zu durchleuchten und entdeckten, dass er dreimal wegen Gewalt und sexuellem Missbrauch sowie wegen Entführung Minderjähriger angeklagt worden war. Er kam erst 1995 aus dem Gefängnis und zu der Zeit hatte keiner der Nachbarn eine Ahnung, welches Monster nebenan lebte. Michele nahm mehrmals pro Woche privaten Klavierunterricht bei einem Nachbarn, der direkt gegenüber von Bullecks Haus wohnte. Dies legte nahe, dass der Mann das Mädchen lange vor ihrem Verschwinden gekannt haben könnte. Nachdem Bulleck wegen des Angriffs auf die Frau verhaftet worden war, durchsuchte die Polizei sein Haus erneut und plante, den Anhänger zu untersuchen, den er zuvor ausgeschlossen hatte. Aber sie waren enttäuscht, der Anhänger war spurlos verschwunden. Das war ein großer Schlag für Micheles Eltern. Sie waren sicher, dass ihre Tochter dort war, lebendig oder nicht, aber er war verschwunden und die Polizei konnte seinen Aufenthaltsort nicht verfolgen. Bulleck wurde zu 15,5 Jahren Gefängnis verurteilt für den Angriff auf die Frau am 2.7.1999. Er bestritt kategorisch jede Beteiligung am Verschwinden Micheles. Das ist nicht überraschend, für den Angriff auf seine Nachbarin und die Gräueltaten, die er an ihr begangen hatte, wäre eine 15-jährige Haftstrafe nach US-amerikanischem Standard eine milde Strafe. Ein Geständnis, ein elfjähriges Mädchen entführt zu haben, hätte ihn jedoch direkt in den elektrischen Stuhl gebracht. Die Eltern konnten nicht akzeptieren, dass ihre einzige Hoffnung auf die Wahrheit verschwunden war. Die Mutter und der Vater schrieben Bulleck einen Brief direkt ins Gefängnis und stellten die ultimative Frage, ob er etwas mit dem Verschwinden Micheles zu tun hatte. Niemand hoffte auf ein Geständnis, aber die Antwort des Verbrechers überraschte die Eltern. Er schrieb, dass das Gespräch zu persönlich sei und schlug vor, dass seine Eltern ihn im Gefängnis besuchen sollten. In diesem Moment entflammte die Hoffnung in den Herzen der Eltern, dass Bulleck gestehen würde, aber sie wurden sehr enttäuscht. Als er dem Täter gegenüber saß, fragte der Vater, ob er etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hatte. Bulleck antwortete einfach, dass er nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Das Gespräch ging noch einige Minuten in diesem Ton weiter, nach denen der Täter einfach aufstand und begleitet von Sicherheitskräften ging. Es sah so aus, als ob er seine Eltern nur quälen wollte, indem er ihnen falsche Hoffnungen gab und sie dann enttäuschte, indem er ihnen in die Augen sah. Für einen Sadisten wie Bulleck kann das Leiden anderer unübertroffenes Vergnügen bringen. Offenbar hat er deshalb das Treffen mit den trauernden Eltern arrangiert. Danach gestand Michelles Vater, dass er überzeugt war, dass Bulleck darin verwickelt war. Er sagte, ich saß ein paar Fuß entfernt von dem Typen, der meine Tochter getötet hat, und es gab nichts, was ich tun konnte. Zu diesem Zeitpunkt wurden selbst die standhaftesten Hoffnungen, den Fall zu lösen, aufgegeben. Absolut jeder glaubte, dass niemals neue Hinweise auftauchen würden. Jahre später würden sie erkennen, dass sie falsch lagen, aber dazu später mehr. Am Fünfjahrestag von Michelles Verschwinden beerdigten die Eltern einen leeren Sarg und verabschiedeten sich endgültig von ihrer Tochter. Während dieser Zeit zerbrach ihre Ehe. Sie zogen um und mieden den Kontakt zu Journalisten. Bis 2018 verschwand der Fall in einer langen Schublade. Die Polizei hatte einfach nichts, woran sie arbeiten konnte, aber aus heiterem Himmel ereignete sich ein Ereignis, das ganz Amerika aufwühlte. Am 14. März 2018 fiel ein Dollarschein versehentlich in einer Polizeistation in Nina, Wisconsin auf den Boden. Darauf stand in klobiger Handschrift geschrieben, Mein Name ist Michele Bix, entführt aus Mess, ich liebe noch. Der Schein wurde von einem örtlichen Bewohner gefunden, der Münzen und Dollarscheine in einem Glas sammelte. Er entdeckte den Dolle und meldete den Fund daraufhin der Polizei, die sofort die Ermittlungen wieder aufnahm. Michelles Mutter eilte fast 2000 Meilen entfernt hin, um die Handschrift zu begutachten und zu sehen, ob die Nachricht tatsächlich von ihrer Tochter geschrieben wurde. Auch andere Verwandte kamen zur Station, aber alle machten eine enttäuschende Feststellung. Die Handschrift sah überhaupt nicht aus wie Michelles und der Name war falsch geschrieben. Die Mutter schlug vor, dass der Schein der äußerst unglückliche Scherz eines Menschen sein könnte. Die anderen Verwandten unterstützten ebenfalls diese Theorie. Trotzdem versuchte die Polizei, den Weg des Scheins zurück zu verfolgen. Leider war es fast unmöglich, dies zu tun. Papiergeld wechselt so oft den Besitzer, dass es unmöglich war, den Autor dieser Inschrift zu finden. Experten, die den Schein untersuchten, schlugen vor, dass die Inschrift von einem Erwachsenenmann gemacht wurde, der versuchte, die Handschrift eines Kindes zu imitieren. Trotz alledem scheint die Nachricht auf dem Papierschein äußerst verdächtig zu sein. Könnte es jemandes Scherz gewesen sein? Die Chancen, dass die Polizei und Verwandte den Schein entdecken, sind äußerst gering. Er könnte jahrelang weitergegeben oder in einem Banktresor aufbewahrt werden, ohne dass ihn jemand bemerkt. Dass er in die Hände einer besorgten Person geriet, die ihn der Polizei meldete, ist er ein Wunder als eine Selbstverständlichkeit. Was die Handschrift betrifft, so kann die offensichtlichste Version nicht ausgeschlossen werden. Michele könnte in Eile geschrieben haben, aus Angst erwischt zu werden. Außerdem war sie neun Jahre lang verschwunden, bevor das Geldschein aufgetaucht ist. Wenn man annimmt, dass sie von jemandem gefangen gehalten wurde, hat man ihr dann etwas zum Schreiben gegeben? In neun Jahren ohne Übung kann sich die Handschrift bis zur Unkenntlichkeit ändern. Es gibt noch eine Frage, auf die niemand die Antwort weiß. Wie lange ist diese Schrift schon auf dem Geldschein? Der Schein könnte jahrelang im Umlauf gewesen sein oder kurz vor dem Auffinden aufgetaucht sein. Es ist erwähnenswert, dass Bullock angeblich 2017 aus dem Gefängnis entlassen werden sollte. Vielleicht geht dieser böse Scherz auf sein Konto. Erinnern wir uns daran, wie er die unglücklichen Eltern quälte, indem er ihnen falsche Hoffnungen gab. Vielleicht werden wir nie wieder die Antworten auf all diese Fragen erfahren oder dieser Fall wird die Welt erneut mit unerwarteten Details erschüttern. Kimba, die letzte Person, die ihre ältere Schwester sah, bevor sie entführt wurde, kann diese grausame Januarnacht immer noch nicht vergessen. Lange Zeit gab sie sich selbst die Schuld dafür, dass sie nach Hause ging, um ihre Jacke zu holen, aber jetzt erkennt sie, gegen einen erwachsenen Entführer wäre sie hilflos gewesen. Kimba erzieht ihren jungen Sohn, mit dem sie ständig über seine Tante Michele spricht. Sie nennt sie einen Engel, der auf ihn aufpasst. Das Mädchen und der Rest ihrer Familie sind sich sicher, dass Michele von Bullock entführt wurde, aber ohne Beweise kann es nie bewiesen werden, es sei denn, der Verbrecher selbst entscheidet sich zu gestehen, um der Familie des vermissten Mädchens einen weiteren Schlag zu versetzen. Glauben Sie, dass es Hoffnung gibt, dass die Schrift auf dem Geldschein von Michele selbst stammt und sie noch lebt? Schreiben Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unter dem Video. Vergessen Sie auch nicht, das Video zu liken, wenn es Ihnen gefallen hat. Kümmern Sie sich um sich selbst und Ihre Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.